Healthy Teacher Podcast Folge 39 Die Osterferien 2020 waren eigentlich die schlimmsten Ferien, die ich je erlebt habe. Und trotzdem bin ich heute dankbar für das, was da passiert ist. Was das mit dir und deinem Alltag als Lehrer zu tun hat, dazu mehr in dieser Folge. HealthyTeacher.net Der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst. Weil deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meier. Hey, hallo, Carsten hier vom Healthy Teacher Podcast. Ja, wenn man mal so fragen würde, wie das vergangene Jahr, das Jahr 2020 so gewesen ist, dann würden die meisten Antworten wahrscheinlich mit einem SCH beginnen. Und ja, genauso bescheiden waren eigentlich im letzten Jahr auch meine Osterferien, eigentlich sogar noch viel bescheidener. Warum? Ja, die habe ich größtenteils eigentlich liegend verbracht und teilweise, ich sag mal, abwechselnd im Bett und auf dem Sofa. Wenn ich dann mal aufstehen musste, das ließ sich dann leider ja nicht vermeiden. Dann unter extrem großen Schmerzen und eigentlich auch nur mit der Hilfe von zwei Stöcken, zwei Nordic Walking Stöcken. Die hatte ich mir nämlich als Gehhilfe dann neben das Bett bzw. neben das Sofa gestellt. Und selbst wenn ich nur ein paar Meter durch die Wohnung gehen wollte, dann war das eine riesige Herausforderung. Ja, warum das Ganze? Im Prinzip eine ganz kleine, kurze, schnelle, unbedachte Bewegung. Was war passiert? Ich war mit meinem Hund unterwegs gewesen, kam vom Spaziergang nach Hause und dann sind wir am Nachbarsgrundstück vorbei. Da gibt es so einen Hund, der kommt dann immer rausgeschossen und läuft dann am Gartenzaun hin und her, kläfft und bellt und riecht sich dann tierisch auf. Und an dem Tag war dummerweise dieser Gartenzaun das Tor auf. Oft passiert es dann ja, dass die Hunde, wenn die merken, dass das Tor auf ist, dann selber Angst kriegen und zurücklaufen. Der leider nicht, der kam dann da also ganz raus und dann bin ich dazwischen und eine kurze Bewegung, wie gesagt, und dann war es da Hexenschuss. Falls du sowas auch mal erlebt hast und einen Hexenschuss kennst, dann weißt du, was das für Schmerzen verursachen kann. Und diesmal war es bei mir ganz besonders heftig. Ich habe es in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal gehabt, aber diesmal war es halt wirklich echt krass. Und ja, dann weißt du, wie es mir in den Osterferien da gegangen ist. Das war also echt negativer Stress pur. Trotzdem bin ich heute jedenfalls dankbar für diesen Hexenschuss. Warum? Es war so, auch als der Hexenschuss akut war, da musste ich natürlich mit meinem Hund mehrmals am Tag raus. Da ich jetzt nun auch alleine wohne, musste ich das auch irgendwie hinkriegen. Ich wohne im ersten Stock in so einem Mietshaus und da musste ich natürlich dann erstmal die Treppe runterkommen, um den Hund dann irgendwie in den Garten zu bringen. Und ich hatte ja schon erwähnt, ich hatte da diese zwei Nordic Walking Stöcke, die hatte ich dann noch irgendwo rumstehen von früher. Aber ich hatte das im Referendariat mal gemacht, das Nordic Walking und wollte dann irgendwann da nochmal was für meine Gesundheit tun und dann hin und wieder mal ein bisschen mehr Nordic Walking machen. Das allerdings schon seit vielen, vielen Jahren. Aber irgendwie ist es bei dem Wunsch geblieben und es hat irgendwie nie funktioniert, das dann zu machen. Auf jeden Fall hatte ich diese Stöcke da nun noch rumstehen. Und nachdem jetzt so diese akute Phase so ein bisschen abgeklungen war, wollte ich dann auch mit meinem Hund dann wieder ein bisschen mehr raus. Also nicht nur in den Garten unten, das musste also zwei Wochen reichen. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt muss auch wieder ein bisschen mehr passieren natürlich. Und dann wollte ich also wieder richtig mit dem Hund spazieren gehen. Aber es war immer noch so, dass jede heftigere Bewegung mir richtig, richtig weh getan hat. Und deswegen habe ich dann meine Stöcke, diese Nordic Walking Stöcke auch zum Spaziergang mitgenommen. Weil ich einfach damit ein bisschen besser die Kontrolle hatte und aufpassen konnte, dass solche Bewegungen eben nicht so passieren. Dann war es so, die erste Woche, wo ich das gemacht habe, ich bin dann mit dem Auto dann dahin gefahren, wo ich spazieren gehen wollte. Auch in das Auto reinzukommen, das war schon nicht so einfach gewesen. Und da, wo ich dann mit dem Hund raus wollte, habe ich dann wirklich echt nur 50 Meter geschafft. Mehr war einfach nicht drin und dann musste ich wieder zurück. Dann aber in der zweiten Woche, dann waren es schon ungefähr 100 Meter. Ich habe mir dann immer so kleine Marken gesetzt, habe gesagt, okay, bis zu dem Baum da vorne und dann wieder zurück. Oder bis zu dem, bis zu der Bank da hinten, dann wieder zurück. Und dann habe ich also wirklich in der zweiten 100 Meter geschafft, dann 200 Meter und dann auch noch 500 Meter. Und nach ein paar Wochen, wo ich dann wirklich täglich mit dem Hund da unterwegs war, da habe ich es dann auch wieder geschafft, eine ganze Runde zu gehen, die ich eben sonst auch gegangen bin. Aber diesmal hatte ich immer meine Nordic Walking Stücke dabei, weil es ja anders auch gar nicht gegangen wäre. Und irgendwann ging es meinem Rücken dann wieder richtig gut. Der ist jetzt wieder topfit. Aber jetzt hatte ich mittlerweile so viel Spaß an diesen Nordic Walking Stücken gefunden, dass ich die einfach immer weiter mit zum Spazierengehen genommen habe. Und letztendlich habe ich dann aus meinem normalen Spaziergang eine Nordic Walking Runde gemacht. Und heute mache ich jeden Tag eine knappe Stunde Nordic Walking. Das, was ich also jahrelang quasi vor mir her geschoben habe, das, was ich irgendwann mal ein bisschen machen wollte, das mache ich jeden Tag jetzt mittlerweile und das auch schon seit einem Dreivierteljahr. Und ich merke einfach, wie mir das gut tut und wie es mich entspannt und wie ich den Stress aus dem Alltag, aus dem Schulalltag auch dabei wieder loswerde und dabei vergessen kann. Und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Ohne den Hexenschuss würde ich aber heute wahrscheinlich immer noch irgendwann und hin und wieder sagen und wie gesagt, das immer noch einfach vor mir her schieben. War der Hexenschuss jetzt deshalb gut? Nee, war er nicht. Aber trotzdem bin ich dankbar dafür, weil ich ohne den heute nicht regelmäßig diese Nordic Walking Runden machen würde und die vielen Vorteile, die ich daraus habe, darauf eben verzichten müsste. Und ich glaube, genauso ist es mit vielen Dingen in unserem Leben oder in unserem Lehrerleben, die am Anfang erstmal vielleicht negativ aussehen und wahrscheinlich sind sie es dann auch in dem Moment, aber wir wissen eben nicht, was an positiven Dingen daraus dann noch erwachsen kann. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, auch die positiven Seiten an den Dingen wahrzunehmen und jetzt ist positives Denken natürlich ziemlich auch eine zweischneidige Sache, ist auch ein bisschen zu Recht in Verruf vielleicht gekommen, weil positives Denken natürlich auch schnell dazu führt, dass man die negativen Seiten einer Sache, dass man die ausblendet. Und das ist aber nicht der Punkt, um den es dabei geht. Das heißt, positives Denken ist klar nur die halbe Wahrheit, aber negatives Denken ist eben auch nur die halbe Wahrheit. Und gefragt ist eben kein blindes, positives Denken, was jetzt die negativen Aspekte und Gefühle, die man bei einer Sache hat, dass das einfach ausblendet, sondern ganz im Gegenteil. Ich konnte meinen Hexenschuss damals nicht ausblenden. Das ging einfach nicht dazu, war einfach zu schmerzhaft, da hatte ich also echt keine Chance dazu. Aber daraus, dass ich mich mit der Situation dann irgendwie anfreunden musste und dass ich damit umgehen musste und klarkommen musste, daraus ist dann etwas Neues, etwas Positives entstanden. Und dafür einfach den Blick zu behalten, darum geht es letztendlich beim positiven Denken. Kommen wir zurück zum Jahr 2020, Corona-Pandemie und das ganze Chaos, was da mit drumherum war. Das war für viele ein Jahr, was man wirklich getrost vergessen kann. Und Corona hat ja auch wirklich viele Dinge einfach durcheinander gebracht und viele Menschen auch in die Verzweiflung getrieben und vielen, viel zu vielen Menschen auch das Leben gekostet. Viele Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren oder waren besonders gefordert im Rahmen von ihrer Tätigkeit. Ich denke jetzt mal so an Verkäufer und Verkäuferinnen, an Ärzte, an Pfleger, an alle, die im Gesundheitsamt gearbeitet hatten und haben. Und ja, auch wir Lehrer hatten und haben in der Zeit natürlich sehr viel Energie gebraucht, um irgendwie mit diesen ganzen Geschehnissen umgehen zu können und auch unsere Schüler haben da eine sehr, sehr schwierige Zeit erlebt. Und trotzdem, ich glaube, auch an Corona und an der Corona-Pandemie kann man tatsächlich positive Seiten entdecken. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann findet man vielleicht doch was. Was kann das zum Beispiel sein? Zum Beispiel hat Corona die Digitalisierung in den Schulen massiv vorangebracht. Wenn du Lehrer bist, dann kennst du das und dann weißt du natürlich, dass in den Schulen ein riesiger Investitionsstau herrscht, dass da also seit Jahren, seit Jahrzehnten Dinge einfach nicht gemacht worden sind. Und das ist jetzt einfach mal rausgekommen. Das ist der Bevölkerung bewusst geworden. Das ist der Politik. Ja, ich glaube, die wusste es vorher schon, hat es aber einfach nicht gemacht. Aber die hat sich dann ziemlich schnell bemüht, diese Defizite dann auch auszugleichen. Ich habe letztens sogar in einem Artikel gelesen in Baden-Württemberg, da sollen Lehrer nicht mehr zukünftig für die Administration der Schulnetzwerke zuständig sein, sondern da soll jede Schule einen eigenen dafür abgestellten Administrator bekommen. Also das, was in der Privatwirtschaft absolut Normalität ist, das haben wir jetzt dann vielleicht auch irgendwann bald in Schulen. Und das ist ein positiver Punkt bei der Corona-Pandemie. Und ein anderer Punkt ist, wo ich mal auch mal drüber nachgedacht habe, ist, ob es nicht vielleicht sein kann, dass jetzt auch durch Corona unser Blick auf diese Problematik einer weltweiten Pandemie einfach geschärft worden ist. Jetzt war es ja bei Corona so, dass die Sterblichkeit im Vergleich zu manchen anderen Viruserkrankungen noch relativ gering war, wobei natürlich jeder Todesfall tragisch ist und einer zu viel ist. Aber im Vergleich dazu gibt es eben noch viel, viel gefährlichere Viren. Und aktuell, jetzt Anfang 2021, haben wir ja auch Mutationen. Mutationen, die Mutationen, die aus England kommt, die sehr, sehr viel ansteckender noch ist und auch häufiger wohl einen komplizierteren Verlauf hat. Aber es gibt eben auch absolut tödliche Viren. Und vielleicht ist es ganz gut, dass da der Blick für diese Problematik einfach geschärft worden ist. Und vielleicht bewahrt uns die Corona-Pandemie in dem Sinne auch davor, wenn es dann mal wirklich eine richtig, richtig gefährliche Pandemie gibt, dass wir damit einfach auch besser umgehen können, weil einfach Strukturen schon da sind, die jetzt aktuell geschaffen werden. Ein anderer Punkt, in 2020 war der CO2-Ausstoß weltweit extrem, um einen extremen Faktor niedriger als in den ganzen Jahren davor. Und ja, vielleicht hat uns das ein, zwei Jahre mehr Zeit gegeben im Kampf gegen den Klimawandel und trägt dadurch dazu bei, dass wir vielleicht Schlimmeres noch verhindern können. Ja, wer weiß. Die Corona-Pandemie hat auch das Wahlergebnis in den USA beeinflusst und vielleicht auch dazu geführt, dass Trump nicht wiedergewählt worden ist. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Entwicklungen jetzt Anfang 2021 anschaut, was dort im Kapitol passiert ist, dann ist das vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache, dass das Corona da eben auch dazu geführt hat, dass sich die Verhältnisse da verändert haben. Mal ganz abgesehen davon, dass die USA jetzt unter dem neuen Präsidenten dann ja aller Voraussicht nach auch wieder dem Klimaschutzabkommen beitreten wird. Und vielleicht ist das eben auch eine sehr positive Sache an der Corona-Pandemie. Ein anderer Punkt ist, dass die Stellung der Pflegekräfte in der Gesellschaft gestiegen ist und dass die Chancen ganz gut stehen, dass auch sich das in dem Gehalt und den verbesserten Arbeitsbedingungen niederschlägt. Ob das dann tatsächlich so ist, das muss man abwarten. Aber die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass das so ist. Zumal man jetzt ja auch erkannt hat in der zweiten Pandemiewelle, dass die besten Intensivplätze in den Krankenhäusern nichts nutzen, wenn man keine Pflegekräfte hat, die dort dann auch die Patienten versorgen und pflegen können. Und allein unter dem Aspekt muss man einfach die Arbeitsbedingungen dann auch verbessern. Und gleiches gilt auch für andere Berufsgruppen, Verkäufer, Verkäuferinnen, Künstler, Künstlerinnen. Der Stellenwert dieser Berufsgruppe, also der Kunst für die Gesellschaft, ist auch nochmal ganz neu bewertet worden und von daher auch ein positiver Punkt. Ein anderer positiver Punkt, der jetzt eher so im persönlichen Bereich bei mir angesiedelt ist. Wir hatten dieses Jahr oder letztes Jahr, muss ich sagen, Weihnachten, das besinnlichste Weihnachtsfest seit langem eigentlich, vielleicht sogar überhaupt. Ich selber bin jetzt nicht so der Kirchengänger, meine Familie dann eher schon oder Teile davon. Und die konnten natürlich in diesem letzten Weihnachten nicht zur Kirche gehen, hätten es aber gerne gemacht. Und wir haben dann so eine kleine Andacht gemacht, sind dann rausgegangen, haben draußen einen Tisch schön dekoriert, Kerzen draufgestellt und uns dann um den Tisch herum aufgestellt, haben dann Lieder gesungen und gab sogar eine Lesung und sowas. Und das war halt wirklich total schön und total besinnlich und hat wirklich ein tolles Gemeinschaftsgefühl auch erzeugt. Und das hätten wir ohne die Corona-Pandemie so auch nicht gemacht. Also von daher auch ein weiterer positiver Punkt an dieser Corona-Pandemie. Du siehst also, selbst an sowas wirklich extrem Negativen wie einer Corona-Pandemie kann man mit ein bisschen nachschauen auch positive Seiten entdecken. Und wenn man so das Gesamtbild von einer Sache sieht, dann nimmt man ein bisschen den negativen Stress raus. Das heißt, man tut nicht so, als wenn das nicht da ist, sondern man vervollständigt eigentlich das Bild und versucht dann eben auch die positiven Seiten zu sehen. Weil das eben hilft, aus dem negativen Stress rauszukommen, den Fokus neu auszurichten und ja, letztlich so einfach gelassener zu bleiben und auch dann natürlich besser mit Belastungen, mit Herausforderungen umgehen zu können. Ja, aber was kannst du tun, wenn jetzt überhaupt keine positive Seite an einer Sache sichtbar ist, wenn dir da nun gar nichts einfällt? Da habe ich eine Möglichkeit für dich, die habe ich von Jakob Drachenberg gelernt. Das ist ein Stress-Mentor, Stress-Coach, wie auch immer. Der sagt nämlich ganz treffend dazu, frage dich selbst, für was in deiner Vergangenheit kannst du heute dankbar sein, dass es dir jetzt ermöglicht, diesen negativen Stress zu erleben? Ja, so ein Beispiel, ich hatte in einem der letzten Interviews mit der Ingrid Stadler-Pré, die sagte mal, dass sie zum Beispiel, wenn sie die Spülmaschine aushäumen muss, dass das irgendwie so gar nichts für sie ist und das ist ja auch, ja, kleines Beispiel jetzt, aber ist ja auch ein bisschen negativer Stress und da könnte man sich sagen, für was kann ich dankbar sein, dass es mir jetzt ermöglicht, diesen Stress mit der Spülmaschine zu haben? Naja, dass ich überhaupt eine Spülmaschine habe. Ich kann mich erinnern an Zeiten im Studium, da hatte ich sowas nicht und da musste ich das ganze Zeug von der Hand per Hand abwaschen und das ist halt eigentlich noch viel mehr Stress gewesen und von daher kann ich dann natürlich dankbar sein, dass ich überhaupt eine Spülmaschine habe. Und so kann man es eben mit ganz vielen Sachen machen, dass man einfach schaut, okay, für was in der Vergangenheit kann ich dankbar sein, dass ich das jetzt überhaupt als Stress habe. Also wenn wir als Lehrer beispielsweise einen stressigen Schulvormittag haben und da auch viel negativen Stress erleben, kann man sich natürlich fragen, okay, für was kann ich da dankbar sein, dass ich vielleicht überhaupt einen Job habe. Es gibt viele Leute, die gerne einen Job hätten, der dann auch negativen Stress mit sich bringt, aber denen eben dann auch ermöglicht, ein Dach über dem Kopf zu haben und genug zu essen zu haben. Ja, also das funktioniert dann sehr häufig, dieser Ansatz von dem Jakob Drachenberg. Oder wenn das auch nicht funktioniert, habe ich noch was anderes, das habe ich mal in einem Webinar gehört und zwar kannst du dir einfach sagen, wenn du jetzt etwas sehr Unangenehmes erlebst, dann kannst du da in dieser Situation etwas lernen, was es dir in der Zukunft dann ermöglicht, etwas noch viel Unangenehmeres eben nicht zu erleben. Und dieser Ansatz, der funktioniert dann wirklich eigentlich so gut wie immer. Und das kann man natürlich auch jetzt mal in die Schule das Ganze übertragen. Das heißt, da haben wir natürlich auch täglich mit viel negativen Stress zu tun. Und auch da fällt es nicht immer leicht, die positiven Seiten daran zu sehen. Also ich rede jetzt nicht von den vielen positiven Dingen, die da passieren, die natürlich auch passieren und die auch meiner Meinung nach eigentlich den Schwerpunkt in der Schule ausmachen. Sondern es geht darum, welche positiven Seiten kann ich an den scheinbar negativen Dingen entdecken. Ein Beispiel, du musstest am Sonntag endlich die Klassenarbeit korrigieren, die jetzt seit zwei Wochen schon auf dem Schreibtisch liegt, weil jetzt die Zeit rum ist. Und ja, dafür musstest du jetzt den Sonntag opfern. Was ist daran am Positiven möglicherweise zu entdecken? Naja, dadurch, dass du das an einem Sonntag machst, kannst du da natürlich viel konzentrierter und ausgeruhter dran gehen. Und vielleicht hat dir das Ganze dann eine Stunde an Zeit gespart. Wenn du das während der Woche gemacht hättest, hättest du für die Korrektur vielleicht eine ganze Stunde länger gebraucht, weil du eben ausgelaugt oder müde da rangegangen wärst und dich nicht so gut konzentrieren konntest. Anderes Beispiel, du musst eine Vertretungsstunde übernehmen für einen Kollegen, der krank geworden ist. Naja, du hilfst damit diesem Kollegen, dass der sich darauf konzentrieren kann, wieder gesund zu werden. Und anderen Menschen zu helfen, das ist wiederum etwas, was einen selbst sehr glücklich macht, wenn man sich das auch bewusst macht. Und dadurch tust du wiederum auch was für deine eigene Gesundheit. Oder du hast bis 21 Uhr abends ein Elterngespräch geführt, was nicht einfach war. Aber vielleicht hat genau dieses Gespräch dir eine ganze Menge zusätzlicher Arbeit erspart, weil es mit dem betreffenden Schüler jetzt ein bisschen besser läuft als vorher und hast du schon wieder Freizeit gewonnen. Oder du hast heute drei Stunden in einer furchtbar anstrengenden Klasse hintereinander. Naja, was ist daran positiv möglich? Das ist eine Möglichkeit für dich, Strategien, die du gelernt hast, für eine bessere Stresskompetenz direkt vor Ort auszuprobieren und zu gucken, was für dich am besten funktioniert. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, wo man nun wirklich keine positive Seite daran entdecken kann. Und in solchen Situationen ist es dann häufig so, dass wir die positive Seite erst im Nachhinein erkennen. Es gibt ein schönes Zitat von Sören Kierkegaard. Der hat gesagt, kennst du vielleicht auch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das drückt das eigentlich ganz schön aus. Manchmal muss man eben auch einfach darauf vertrauen, dass manche Dinge eben erst rückblickend vielleicht dann doch noch einen Sinn ergeben. Ja, Fazit der ganzen Sache. In meiner Coaching-Ausbildung oder in einer davon, da sagte meine Trainerin mal zu mir, da draußen, da gibt es nur Fakten. Damit aus so einem Fakten ein Problem wird, da muss man schon was dafür tun. Und ja, unsere Gedanken über das, was wir erleben, die bestimmen letztendlich, wie gut wir mit einer Sache klarkommen, ob wir ein Problem damit haben oder eben nicht. Da gibt es auch ein schönes Zitat von William Shakespeare, der sagt nämlich, an sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu. Und genau das ist der Punkt. Und das Denken, das ist wiederum was, was wir natürlich beeinflussen, kontrollieren können. Also wenn wir es schon können, dann sollten wir es vielleicht so machen, dass wir weniger Probleme haben. Und wenn in deinem Lehrerleben also das nächste Mal was passiert, was extrem negativen Stress in dir auslöst, dann schau doch mal, ob du eine positive Seite vielleicht auch daran entdecken kannst und den Fokus einfach mal auch darauf legen kannst. Ich hatte das gerade heute Morgen aktuell, muss ich gerade nochmal erzählen. Wir haben nämlich jetzt Ende der Weihnachtsferien, morgen geht es los. Und da hatte ich so drüber nachgedacht, dass es morgen mit dem frühen Aufstehen wieder losgeht. Und da kam mir so ein Gedanke durch den Kopf, dann geht der ganze Wahnsinn morgen wieder los. Und dann habe ich gedacht, das ist aber jetzt irgendwie kein sehr positiver Gedanke. Und dann habe ich gedacht, okay, wie könnte ich denn das auch sehen? Wie könnte ich denn mit einem anderen Mindset da dran gehen? Und dann sind mir auch gleich einige Dinge eingefallen. Ich habe gesagt, okay, morgen sehe ich meine Kollegen wieder. Morgen sehe ich meine Schüler wieder. Morgen habe ich wieder die Möglichkeit, Unterricht zu machen, was mir halt persönlich auch sehr viel Spaß macht. Morgen habe ich wieder ein bisschen mehr Struktur in meinem Alltag, was ich schon auch manchmal vermisst habe. Und mit so einem Mindset, da habe ich dann auch gleich gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich viel weniger gestresst, als wenn ich diesen Gedanken habe. Und morgen geht der tägliche Wahnsinn wieder los. Also das hat dann durchaus auch einen praktischen Nutzen. Und wie gesagt, es geht dabei nicht darum, die negativen Seiten auszublenden, sondern sie eher zu ergänzen mit der positiven Sichtweise, sodass das Ganze wieder ein Gesamtbild ergibt. Und das kann übrigens auch sinnvoll sein, wenn man etwas Positives hat, dann vielleicht auch mal die negativen Seiten zu sehen. Es geht eben darum, diese 360-Grad-Rundumsicht auf eine Situation zu haben. Man könnte auch sagen, dass man einfach ein bisschen neutraler in Bezug auf eine Situation wird. Dazu gibt es übrigens auch eine sehr schöne und inspirierende Geschichte, wie ich finde, von einem chinesischen Bauern, dem war sein Pferd davon gelaufen. Und die Nachbarn sagten dann, oh, du Armer, ist ja bedauernswert, dass dir jetzt das Pferd davon gelaufen ist. Und er sagte nur, weißt du ja gar nicht, oder willst du wissen, dass das jetzt ein Unglück ist? Und dauerte ein paar Tage, da kam das Pferd dann wieder und hatte dann gleich noch ein paar andere Pferde mitgebracht, die es unterwegs getroffen hatte. Also mit so einer kleinen Herde Wildpferde kam es wieder. Und auf einmal hatte der Bauer dann, keine Ahnung, fünf oder zehn Pferde. Und dann sind die Nachbarn wieder zu ihm gekommen und haben gesagt, Mensch, was für ein Glück, dass du da jetzt die Pferde bekommen hast. Und der Bauer sagt dann dazu, woher willst du wissen, dass das ein Glück ist? Und tatsächlich war es dann so, dass der Sohn des Bauern dann an dem Nachmittag beschlossen hat, diese Wildpferde dann zuzureiten. Und dabei wurde er aber abgeworfen und verletzte sich dann so schwer, dass er nicht mehr gehen konnte. Und die Nachbarn wieder, oh Mensch, du Armer, dein Sohn total verletzt. Das ist ja schlimm, was für ein Unglück. Und er sagt wieder, ja, woher willst du wissen, dass das ein Unglück ist? Und ja, so geht die Geschichte dann weiter. Und ja, der Kern der Geschichte ist natürlich einfach, dass die Sachen an sich weder gut noch schlecht sind, sondern dass erst unsere Gedanken darüber, sie gut oder schlecht machen, oder eben auch, wie sie weitergehen. Ja, was wir quasi daraus machen oder was an weiteren Ereignissen dann damit passiert. So wie bei mir mit dem Nordic Walking, der Hexenschuss an sich war natürlich doof, aber dadurch, dass letztendlich was Gutes wieder daraus gewachsen ist, ist wieder was Gutes geworden. Und ja, wenn die Geschichte, wenn dich das interessiert, die habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt, weißeahealthyteacher.net, da kannst du die ganze Geschichte dann auch noch mal nachlesen. Ja, das waren meine Gedanken sozusagen zu positiven und negativen Dingen, die uns passieren und unsere Gedanken darüber. Ja, was ist deine Meinung darüber? Was denkst du über positives Denken? Und ja, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar. Ich freue mich und sage, bis zum nächsten Mal. Dein Carsten. Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast doch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net slash bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal. Bleib entspannt. Dein Carsten Dein Carsten Dein Carsten Dein Carsten Dein Carsten Vielen Dank.